Erfahren Sie mehr über ThermaSmart Pro, die nachhaltige Isolierlösung. Sie arbeiten als Profi im Bereich technischer Dämmung? Dann ist unsere breite Produktpalette an innovativer Rohrisolierung, Plattenware, Formteilen und Montagewerkzeugen die ideale All-in-One-Lösung für Sie. ThermaSmart Pro ist ein thermoplastischer Elastomer. In diesem Video möchten wir Ihnen einige wesentliche Vorzüge vorstellen. Der niedrige Wärmeleitkoeffizient minimiert die Energieverluste. Die geschlossene Zellstruktur und der sehr hohe Mühwert des Materials verhindern das schnelle Eindringen von Feuchtigkeit. Somit wird das Risiko von Kondensation und der damit verbundenen Korrosion auf ein Minimum reduziert. ThermaSmart Pro ist der weltweit erste technische Dämmstoff mit Cradle-to-Cradle-Zertifikat. Als ungiftiges und überaus robustes Material ist es sowohl sicher als auch nachhaltig. Zudem ist ThermaSmart Pro vollständig recycelbar. Ihren Verschnitt können Sie einfach an uns zurückgeben. Unser breites Sortiment ermöglicht eine einfache und schnelle Montage auch an schwer zugänglichen Stellen. Für eine sichere und problemlose Montage bieten wir Ihnen alle nötigen Werkzeuge in einer handlichen Toolbox. Die verschiedenen Werkzeuge ermöglichen ein einfaches, schnelles und präzises Verarbeiten. Wir bieten für jede Anwendung den richtigen Kleber, um schnell, sicher und einfach Verbindungen von Nähten herzustellen. Hierzu zählt auch unser ThermaGlue Eco, die umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Klebern. Neben unseren vorkonfektionierten Formteilen wie T-Stücken, Bögen und Sonderbauteilen können Sie diese auch mithilfe eines Spiegelschweißgerätes einfach und blitzschnell selbst herstellen. Durch das Verschweißen entsteht eine homogene und enorm widerstandsfähige Verbindung. Unsere ThermaSmart Pro Plattenware ist ideal für die effektive Dämmung von großen Flächen geeignet. Wie auch alle anderen Komponenten unseres Sortiments übertrifft auch unsere Plattenware die derzeit höchsten Standards für nachhaltiges Bauen. Unsere ThermaSmart Pro Rohrisolierung eignet sich hervorragend für die nachträgliche Isolierung als auch für Neubauprojekte. Sie ist als 2 Meter Ware selbstklebend oder in einer praktischen leicht zu transportierenden Spenderbox verfügbar. Alle Details finden Sie auf www.thermaflex.com Thermaflex – Taking care of energy and the environment